Yo meine Lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu dem klein aber feinen Mini-Unboxer noch hier. Und zwar wie gesagt müsste das hier ein anderes sein. Ich glaube ich komme mit Calcha Candela, sonst merke ich nicht alles dran. Ja natürlich, eigentlich auch. So hat es zu ihrem, ich glaube ist es eine Single, ich weiß es nicht, das müsste eine sein. Und zwar Sonnenbrille heißt das gute Stück. Hier sieht man vorne schon, hier nenne ich das T-Shirt. Das Calcha Candela Logo. Und hier auf der Rückseite eine Sonnenbrille, Sonne, Sonnenbrille, nochmal das Calcha Candela Logo. Und zu dritterletzt eine CD ohne Dings, wie ist es mal? Ähm... Bullet. Bullet, genau. Ich weiß nicht nur, wie normal ist. Es hätte ja immer eigentlich auch Silber bekommen können. Aber es ist immer zu, dass manche alles tut. Das hat hier ganz einfach schlecht gehalten. Ja, meine Freunde, das war es auch zu diesem Unboxing. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Was auch immer ich mache. Ah, schön. Das ist ja nur jetzt eine richtig fette Feier-Toilette. Und ja. Das ist nur noch sein. How do you listen? Peace. So ist das hier alles so. Tag gut gemacht. Vielleicht hat es das tatsächlich gut gemacht. Aber es ist mir jetzt auch wurscht. Bis Abend. Ciao. Ciao. Ciao.